Oh ja, sind das... Hübsche, hübsche Frauen. Ich wollte natürlich nichts Unanschändiges sagen. Willkommen zurück, Leute, zu Breath of Fire 3. Das jugendfreie Spiel. Deswegen gehen wir auch hier raus. Genug davon. Achso, jetzt merke ich es auch erst jetzt hier. Guck doch mal, wie der hier auf die Tüten kehrt. Der Ärmste. Als ich... Wenn ich hier so sitze und meditiere. Kann ich mein Herz fühlen, wie es sich reinigt. Es ist ein Weg, das Herz und den Gedanken zu reinigen. Ja, sag das mal deiner Glatze hier, die voller Staub gekehrt wird. Aber gut, ich habe erfahren, dass Gar den Stein da, der Brocken, der uns den Weg versperrt, wegdrücken kann. Von daher tun wir das auch. Und ich habe erfahren, ich soll schön Medikamente kaufen. Also richtig gut Medikamente gegen Statusänderungen und sowas. Warte, das war der Shop für Schüsse. Also wirklich einmal hier und da Drogen, um Resistenz gegen aufzubauen. Wo war dann der andere Shop? Ähm... Kacke! Diese Stadt ist verwirrend! Okay, Benni, denk nach. Denk nach. Irgendwo muss doch die Lösung liegen. Kann ja nicht sein, dass sie verschwindet. Wo ist das Gebäude? Wo ist das Gebäude? Kacke! Irgendwo muss es sein. Oder war es doch dort? Nee, da sind wirklich Schüsse. Das will ich aber nicht. Ich will normales Zeug. Oh, Kacke! Da konnte man heilen, ja. Benni, 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 Benni. Du hast doch nicht etwa ein Haus vergessen. Doch, habe ich. Ich habe keinen Schimmer. Wo es ist? Ja, da haben wir Ultramongo. Achso, die betenden Mongos. Ah, da ist es. Okay, geschafft. Unsere Waffen sind von Gott. Äh, gesegnet. Ah ja. Dann zeig mal. Ja. Ein bisschen mehr Attack für Gar. Macht an sich sogar ein bisschen Sinn, das zu machen. Mitril-Panzerung. Oh. Für unseren Gar macht das auch Sinn. Mitril-Helm. Ach, je. Also, zuerst einmal braucht unser Gar eine coole Waffe. Verkaufen will ich die Waffen aber noch nicht. Mitril-Armor. Ja, aber dann habe ich nichts mehr. Ich muss doch erstmal Heilungszeug kaufen. 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 Healing Herb. Antidotes. Cure Bindes. Cure all status changes. Davon habt ihr ja gesagt, brauche ich was. Ach du Scheiße. Davon kann ich mir aber nicht so viel kaufen. 15 Stück sollten es doch tun. Und Vitamine. Und von dem Rest kaufe ich mir Healing Herb. So, jetzt bin ich zwar arm. Aber das sollte schon passen. Sollte es nicht passen, dann werde ich gezwungen sein, gegen Monster zu kämpfen. Bom, 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 bom. So, komm, jetzt macht mal Platz hier. Ich muss nach oben. Dö, 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 dö. Wie soll man darauf kommen, dass Gar den Felsen hier wegschieben kann? Verstehe ich nicht. So. Dann zeig mal, was du kannst, Gar. Ohne Scheiße, hat das sogar funktioniert. Wie soll man denn darauf kommen, bitteschön? Hallo, wir stören mal. Hm, bist du das, Gar? Willkommen zurück. Also, hast du dir Gedanken drum gemacht, deinen Kameraden beizustehen? So etwas, wie du sagtest, denke ich. Hm, also ist es wahr dann. Es gibt nichts mehr Böses in dieser Welt. Ich denke, deine Intuition war falsch. Das bedeutet, die Zeit ist gekommen, dass du deinem langen Schlaf entgegentrittst, Wächter-Gar. Okay, geh zum Turm. Ich werde den Wächtern sagen, dass ihr kommt. Auf, lebe wohl, Gar. Äh, was bedeutet das, Gar? Langer Schlaf. Was denn mit dir? Und warum bist du ein Wächter? Ich verstehe wieder die Welt nicht. Dieses Spiel ist so verdammt kompliziert. So, gibt es hier irgendetwas zu holen, jetzt wo wir schon mal so einen Gang gefunden haben? Aha, ich vermute hinter dieser Mauer ein Item. Nö. Sackgasse. Das Spiel hat mich verarscht. Es hat mich böse verarscht. Das gibt es doch nicht. Na gut, dann hauen wir halt zum Turm wieder ab. Warum habe ich das Gefühl, dass ich dort böse geohnt werde? Hm. Ich will doch endlich mal hier was Gescheites erleben. Was ist mit Rheon Teppo passiert? Sind die immer noch tot? Ich möge zwar anders aussehen. Aber ich bin einer von ihnen. Ich bin auch ein Urkan. Ein Wächter ist wie die Leute wie ich. Also, das sind die, was die Urkankrieger genannt werden. Wir beschützen unsere Leute vom Bösen. Jo. Ich gucke mir lieber das Feuer an. Das knistert so schön. Das ist im Moment interessanter als dein Gelaber. Benni! Gar! Seid ihr schon immer noch auf? Natürlich. Wir sind Zocker. Wir bleiben die ganze Nacht auf. Über das, was ich dir erzählt habe. Dass du vielleicht sterben könntest. Ja? Hat sich das geändert? Oh. Äh. Nichts. Du wirst es verstehen, wenn wir dort sind. Na toll. Bam, 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 bam. Ja gut. Dann, äh. Gehen wir mal zum Turm. Rein da. Verdammt. Bewegt deinen Arsch. So. Na toll. Wer erwartet uns denn? Puh. Ihr wollt uns aufhalten? Hm. Was benutzen wir? Lightning. Oh ja. Ich mag doch Lightning. Und ich hab das Gefühl, könnte unsere Formation wieder kaputt gemacht worden sein? Hm. Ich hoffe es doch mal nicht. Lightning. Ach, die leben sogar noch. Hm. Shield. Das war auch klar, dass das jetzt kommt. Aber der ist tot. Ein Mist, das gibt's doch nicht. Na gut. Das hat geholfen. Du hast den Kampf gewonnen. So, gucken wir uns nochmal unsere Formation an. Ja, die steht auf Attack, aber nicht richtig. Gar sollte da oben sein. So. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich setz mal kurz ein Safe-Set, damit das klar ist. Nanu? Wie komm ich denn da rum? Ach so. Hehehehe. Ein nettes Spiel. Okay. Das spiel ich natürlich gerne mit. Und währenddessen können wir trainieren. Da bin ich mit einverstanden. Ach, den können wir doch schon mit normalen Angriffen erledigen. Bam. Ups. Das wollte ich jetzt aber nicht, du. Okay. Doch, ich denke, das kriegen wir noch hin. Lol, der hat gerade den Schlag nicht gemacht. Na bitte. Geht doch. Ja, Gas, neue Waffe ist gut. Und Broadsword haben wir bekommen. Ist wahrscheinlich ein Breitschwert. Ist wahrscheinlich totaler Shit. Lass uns mal gucken. Ja, ist auch totaler Shit. Aber jetzt müssen wir Healing Herbs einsetzen. Oh je. Davon haben wir aber nicht so viel. Also damit darf ich nicht zu verschwenderisch mit umgehen. Ansonsten hau ich einfach wieder ins Dorf ab. So. Dann hole ich uns mal diese Truhe. Ivory Dice. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hm. Hier wird es nicht... Doch, hier ist es. Ach so. Ein mysteriöser Effekt. Ja, super. Mit mysteriösen Effekten kenne ich mich ja aus, ne? Das kann also was, was ich für einen Quatsch machen. Und wer will wieder was? Zwei Cerebus. Oh. Ja. Nina macht auch nicht Schaden. Und Gar, der kann das wegstecken. Der ist schon tot. Und jetzt macht... Gar ihm den Gar aus. Sehr gut. Nina hat gleich das nächste Level erreicht. Finde ich auch gut. Dumm, 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 dumm. So, da war noch eine Truhe. Äh. Safestead. Weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo die Truhe war. Äh. Ich sollte eigentlich hier patrouillieren, aber... Was, wenn ich mich verletze, während ich springe? Ach du Memme. Da ist sie. Wisdomseed. Wisdom hört sich doch immer gut an, glaube ich. Wisdomseed. 20 AP wird dadurch wieder hergestellt. Not bad. Bum, 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 dumm. Wow. Das ist etwas härteres. Ne. Da hau ich ab. Kommt, Leute, jetzt lasst mich gehen, ja? Ich will nicht gegen so viele kämpfen. Danke. Gegen so viele will ich jetzt auch nicht kämpfen. Das verschwendet alle Ressourcen. Die jetzt sowieso schon aufgebraucht sind. Ich glaube, damit habe ich alle Truhen geschnappt. Ich gehe nochmal kurz raus. Ich muss mich nämlich heilen. So, irgendwo kann ich doch campen. Ja. So. Jups. Jups. Was möchtest du tun? Ausruhen, das klingt gut. Dun, 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 dun. Ups. Ach, jetzt. We don't need to rest now. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, dann gebt doch diese Option nicht frei. Tut die dann weg. Dieses Spiel ist so dumm. So. Speichern, bitte. Okkili-dokkili. Bam, bam. Bam, 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 bam. So. Also, er hat manchmal Probleme, da reinzukommen. So, noch ein Safe-Stat. Weil ich jetzt nochmal gucken muss. Was? Gibt es irgendwo noch eine Truhe? Ich glaub's ja nicht. Aber ich lass mich ja gerne eines Besseren belehren. Ich glaub, ich musste sogar diesen Weg nehmen. Äh, jetzt hab ich Untergrund und... ...einen Weg nach oben. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Hm. Mann, der macht immer Gegenschlag. Das find ich nicht gut. Oh, der macht sogar sehr gerne Gegenschlag. Gut. Der macht Shield, das find ich nicht gut. Ja, ich würd mal sagen, du machst Frost auf den... ...und dann klappt das schon. Wenn du jetzt aber drauf gehst, dann find ich das nicht gut. Und das war auch scheiße. Immer Gegenschlag. Das find ich nicht gut. Aua. Ach, come on. Ach, come on. Ja, verteidige dich selbst und... ...der Rest schlägt zu. Ja, ist schon fast am Boden. Hm. Fand ich nicht so toll, diesen Kampf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, ich hab von dem ganzen Zeug hier nicht so viel. Verletzt euch nicht, kapiert? So, Safe-Stat. Und dann gucken wir mal, was hier unten ist. Na, holla. Da liegt eine Frau hinter diesem Leuchten. Okay. Gute Erkenntnis. Ist auch nackig. Auch wieder ein gutes Bild. Damit hätte ich eigentlich diesen Part auch beenden können. So. Okay. Sehr interessanter Ort. Du, 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 du. Ach Gott, nein, oder? So viele Gänge jetzt schon wieder. Ich halt das nicht aus. Ganz ehrlich, ich halt das nicht aus. Es sind wieder zu viele Möglichkeiten. Wie soll ich damit umgehen? So, erledigt. Ach Gott. Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst, oder? Ist das euer Ernst? So viele Wege? Ach du Scheiße. Das ist deren Ernst. Oh nein. Die sehen wir schon. Mit Spectral kämpfe ich nicht. Ne. Ja, okay. Dann beende ich den Part hier. Und dann beginnt Bennys erneute Irrfahrt durch irgendein Level. Oh Gott. Oh Gott. Und dann werden wir vorne. Sau da ab und kurz. 2 Chronicles. Das war's. Das war's.